Ja, sowas kann natürlich dann auch passieren, ne? So eine Art der Ausnutzung, das ist natürlich richtig, 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 richtig uncool. Wie Afrikaner für dumme Witze benutzt werden von Two Bored Guys. Also, ich bin diesem Thema ja so aktuell noch so zwiegespalten gegenüber. Ich werde euch auch gleich verraten, warum. Ich muss aber sagen, ich habe diese Grußbotschaften, um die es jetzt wahrscheinlich gehen wird, auch schon immer sehr, sehr argwöhnisch betrachtet. Und ich bin jetzt mal gespannt, was die Two Bored Guys uns dazu sagen werden. Ihr seid bestimmt schon mal über solche Videos gestolpert. Ja. Egal ob zur Verlobung, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zur bestandenen Prüfung oder als Einladung zur großen Jubiläumsparty der Landjugend im Zillertal. Die Grußvideos werden zu allen möglichen Anlässen verschickt. Wer besonders lustig unterwegs ist, schickt sie an einen Influencer. Ja, ich muss ehrlich gesagt, also bei mir in meinem privaten Umfeld habe ich so eine Art Video noch nie gesehen. Das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe, ist halt so auf Instagram und auf TikTok oder so, wenn das so für Influencer gemacht wurde. Was ich tatsächlich mal in meinem Umfeld privat hatte, war, dass jemand so einen super abgehalfterten deutschen Z-Promi gebucht hat. Weil das kann man ja teilweise auch machen. Dafür gibt es ja auch so Apps, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, wie gibt es denn da hier Calvin Kleinen von Temptation Island, dann bezahlst du dem 10 Euro und dann sagt der Hey, alles Gute zum Geburtstag oder sowas. Ich finde, das ist was anderes nochmal, weil es sich da um Personen handelt, die das irgendwie sehr bewusst anscheinend auch alle selbst in die Hand nehmen. Also es sind so Plattformen, wo sich entsprechende Creator selbst anmelden. Das weiß man natürlich hier bei solchen Videos nicht so, wer oder was dahinter steckt und wie viel Geld die am Ende davon bekommen. Trotzdem ist es natürlich so ein bisschen überheblich und sich über einen lustig machen. Naja, okay, erstmal weiterkommen. Mua, 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 mua. Das ist absolut dumm. Warum wird sowas angeboten? Es ist so frech. Was passiert mit dem Internet? Ich komme da nicht mehr mit. Viele feiern die Clips. Sie fluten TikTok und Instagram. Es gibt sie in allen möglichen Sprachen. Viele von ihnen wirken harmlos. Teilweise sind sie witzig gestaltet oder sind wirklich coole Performances zu sehen. Gleichzeitig werben viele Anbieter damit, etwas Gutes für den afrikanischen Kontinent zu tun. Verschicken sie unvergessliche Nachrichtenvideos an Freunde und Bekannte und unterstützen sie gleichzeitig Menschen in Armut. Das ist so ein tolles Konzept. Einfach win-win. I won. Win-win für wen? Denn oft sind die Videos eigentlich eher nicht so witzig und ziemlich grenzwertig. Wer steckt dahinter? Wer dreht sie? Und wer verkauft sie? Ja, das ist halt die große Frage. Und ich glaube, wir können das Final noch nicht bewerten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich teilweise ein Win ist finanziell für auch sozusagen die Seite der Person, die diese Videos kreieren. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, einfach mal so in den Raum gedacht, es ist jetzt ein Job, der jetzt wirklich nicht sonderlich viel körperliche Arbeit erfordert. weil man bezahlt eher mit seinem Gesicht, das aber muss man ganz ehrlich sagen, ja irgendwie da, wo die Videos ankommen, eh fast niemand kennt. Und damit, dass man sich eventuell ein wenig lächerlich macht. Es ist natürlich aber trotzdem in mancher Hinsicht, zumindest wenn es wirklich ankommt eins zu eins, das Geld in der jeweiligen Landeswährung viel, viel Geld. Und deswegen, ich bin da so zwiegespalten. Ich habe tatsächlich mal gehört, dass jemand in der YouTube-Branche, aber ich werde keinen Namen nennen, weil ich das wie gesagt auch teilweise ein bisschen sus finde, in so ein Business investiert hat. Und da wurde mir über Ecken zugetragen aus dem Grund von wegen, ja das ist eine Win-Win-Situation für alle. Die Leute vor Ort sind total happy und die freuen sich total, dass sie mit so einem einfachen Job gutes Geld verdienen können. Aber auch da, also für mich bleibt da so ein Geschmäckle. Ich würde das, also das wäre kein Investment für mich, weil ich das irgendwie so moralisch für mich nicht 100 Prozent einordnen könnte, weil es so eine Mischung ist aus, ich will nicht sagen Prostitution, aber die Leute vor Ort verkaufen sich ja auf eine Art und Weise schon ein wenig. Natürlich auf jetzt eine, die jetzt irgendwie sexuell oder so nicht ist, sondern eher im Sinne von, sie spielen den Clown so ungefähr. Und das, das finde ich nicht so richtig geil irgendwie als, als, als Trend, dass irgendwie Leute fremder Ethnizitäten für uns irgendwie so den Clown spielen. Auf, 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 auf Zuruf, wenn wir ihnen Geld überweisen. Das ist einfach eine komische Dynamik. Aber okay, wir gucken erstmal weiter. Noch viel wichtiger, sollte man sowas supporten? Wir wollten wissen, wohin das Geld wirklich fließt und wie viel davon bei den Darstellern landet. Wir sind ganz tief in die superwilde Industrie afrikanischer Grußbotschaften eingestiegen, die von China bis in einen kleinen Ort bei München reicht. Wir haben sogar persönlich mit einem der größten deutschen Anbieter dieser Videos gesprochen. Also ja, ich habe natürlich damit gerechnet, dass das Interview ein bisschen kritischer verläuft. Okay. 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 Happy Birthday to you. so was kann natürlich dann auch passieren so eine art der ausnutzung das ist natürlich richtig 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 uncool sind da irgendwelche text tafeln vorgelesen werden in der sprache die man selbst nicht versteht die aber dann was schlimmes bedeutet wird noch schmutziger okay ich wappne mich wo genau die grußbotschaften ihren ursprung haben ist nicht ganz klar eine wichtige rolle spielen aber chinesische anbieter viele chinesen verschicken solche grüße über soziale medien afrikanische grußbotschaften gibt es dort mindestens seit 2017 damals konnte man die videos zum beispiel über den chinesischen online shop taobao bestellen der hype wurde während der corona pandemie ab 2020 noch mal heftig befeuert es gab block downs die menschen saßen teilweise über wochen in ihren wohnungen fest die videos aus afrika sollten aufheitern man wünschte sich gegenseitig ein schnelles lockdown ende oder einen negativen pcr test wenn da aber lockdown war wieso war dann in afrika in je nachdem wo was hatten wir da gerade auf der karte samia namibia und so was warum war da kein lockdown in den videos die in china verkauft wurden waren oft kinder zu sehen sie haben grüße gerufen chinesische lieder gesungen und andere dinge gesagt die sie nicht ansatzweise verstehen von dort aus hat sich die industrie verselbstständigt und ist global geworden die videos werden in allen möglichen sprachen angeboten englisch russisch spanisch französisch und natürlich auf deutsch die preise liegen bei 30 bis 80 euro meistens sind gruppen von männern oder frauen zu sehen es gibt unzählige anbieter wishes from world greetings from africa star wishes und so weiter sie sitzen überall auf der welt verteilt in australien hongkong china und deutschland ein anbieter afrikanischer großbotschaften wohnt in der nähe von münchen die idee cool ist ein cooles geschäftsmodell was man sich da aufbauen kann das ist da aniel eigentlich heißt er anders wir haben seinen namen verändert ich überlege gerade ob das eine person sein könnte die ich eben gemeint habe ich glaube nicht er betreibt eine solche seite und ist wahrscheinlich der größte deutsche anbieter auf seiner seite kann man von einheimischen grüßen lassen oder ein frauenbasketballteam in mini röcken tanzt für den empfänger der botschaft mini röcke sind zwar soweit wir wissen keine standardoutfits im basketball aber hey die videos dreht daniel nicht selbst er steht in kontakt mit produktionsfirmen vor ort die den job für ihn übernehmen bei den videos geht es zwar immer nur um afrika als wäre das ein land tatsächlich sitzt ein großer teil der zambia malawi mosambik tansania mali ist aber in nur ein paar ländern zum beispiel namibia äthiopien mali sambia und malawi daniel lässt in zimbabwe produzieren also man kann sich es wie so ein filmset vorstellen ich sage immer das kleine hollywood genau und man hat diese verschiedenen bereiche wo die verschiedenen tänzer und kameramänner zugeteilt sind und so ungefähr kann man sich vorstellen wie die produktion vor ort abläuft die industrie in den orten ist ziemlich konzentriert deshalb haben die ganzen anbieter auch fast identische angebote das box team gibt es hier und hier die jungs von der happy birthday graffiti wand gibt es auch mehrmals diese anbieter bestellt die videos von der helloketti wand offensichtlich bei der gleichen produktionsfirma wie daniel daniel ist quasi einfach mittelsmann die aufträge werden per whatsapp an unsere produktion vor ort in dann kommt das video meistens innerhalb eines tages zurück pro tag drehen die produktionsteams teilweise mehrere hundert clips die bbc hat vor knapp zwei jahren eine journalistin plus team nach malawi geschickt um sich ein bild von der industrie vor ort zu machen für einen vollen drehtag mit aufträgen aus china bekommen die darsteller offenbar teilweise weniger als 50 cent die kinder verpassen aufgrund der vollgepackten drehtermine teilweise die schule das ist nicht gut ja das ist ein guter punkt worüber ich nicht nachgedacht habe bis jetzt habe ich auch ehrlich gesagt noch nie so ein video mit kindern gesehen ich erkenne das eigentlich eher so von so diesen ich hatte auch noch nie das mit so frauen gesehen die tanzen ehrlich gesagt kenne ich nur diese ja männer die dann irgendwie so sagen ey monte kuss kuss und sowas das war bis jetzt das einzige was ich gesehen habe aber kinderarbeit ist natürlich richtig beschissen das stimmt für mich wäre es noch gerade interessant abseits der kinderarbeit was bedeutet 50 cent für einen drehtag ist es natürlich entwenig gerade in unserem verhältnis ich würde gerne wissen wie viel das so im vergleich zu dem ist was alternativen da sind für die leute aber das mit den kindern es geht natürlich gar nicht fit das stimmt ein kind erzählt wie es teilweise von produzenten misshandelt wurde okay laut daniel sind solche bedingungen und löhne vor allem ein problem chinesischer zwischenhändler und anbieter also uns wird täglich listen angeboten zwischen vier bis fünf euro pro video da kann man sich auch dann herauskristallisieren wie viele leute dann vor ort verdienen in videos von daniel sollen okay also das sind dann chinesische zwischenhändler die nochmal die preise irgendwie drücken oder was alle darsteller über 18 sein dabei verlässt er sich auf die aussagen seiner produktionsfirma in zimbabwe bei der bezahlung ist das genauso daniel bezahlt laut eigener aussage zwischen 9 und 15 euro pro video also wir haben die information dass ungefähr zwischen 50 und 60 cent pro video an einen darsteller also 8 darsteller beziehungsweise jeder bekommt ungefähr so 0,5 euro daniel wollte uns ursprünglich auch einen kontakt zu seinem produktionsteam und darstellern herstellen das hat er am ende dann allerdings doch nicht getan er selbst war noch nie in afrika und konnte sich kein bild von der situation vor ort machen nee das ist irgendwie also nee nee das finde ich alles gar nicht gut also wenn wenn wir jetzt darüber reden würden okay das ist vielleicht jemand der hat zum was ich mir zum beispiel vorstellen könnte du hast irgendwie familie in weiß ich nicht sagen wir mal namibia du bist selbst irgendwie halb namibisch und lebst aber in deutschland und du hast aber richtig gute kontakte bis mehrmals da und denkst dir dann so ey wir könnten das doch irgendwie zusammen machen und dann ist ganz klar und immer transparent aufgeschlüsselt wo das geld hingeht und so dann würde ich sagen okay das ist ein business modell wo man sich überlegen kann ob das vielleicht wirklich win win ist für alle aber da so in sowas rein zu investieren auf hören sagen und dann nee nee weiß nicht das finde ich nicht das ist nicht irgendwie nicht ganz koscher zwischen produzenten in malawi hat einem undercover-journalisten erzählt was er von dunkelhäutigen hält okay das heißt es wird jetzt hier noch krasser in zimbabwe verdient man im durchschnitt 60 dollar im monat 60 dollar im monat das heißt wenn du wirklich 50 cent nur am tag verdienst 0,5 mal 30 wenn ja nur 15 ganz grob gerechnet das wäre ja dann wirklich richtig wenig wenn du hingegen aber 60 cent pro video verdienst und am tag 10 videos machen würdest also 6 euro mal 30 das wäre dann 180 das wäre dann wiederum viel aber wie gesagt ne das ist ja überhaupt noch to be discussed weil wenn ich mir das hier schon angucke und anhöre da ahne ich ja schon wo das meiste geld hinfließt wenn man schon so redet über die leute mit denen man arbeitet da wird die wahrscheinlich bezahlung wahrscheinlich ähnlich schlecht ausfallen er ließ sich vor der kamera von den kindern die füße massieren und waschen der mann soll auch hinter diesem video stecken das 2020 in china viral gegangen ist das ist nicht das einzige widerliche video das als teil der grußbotschaften aus afrika produziert wurde es gibt etliche davon daniel distanziert sich von sowas er und sein team prüfen laut eigenen aussagen jede anfrage und geben nicht alles in auftrag doch auch auf seiner seite finden sich öffentliche beispiel videos die auf uns grenzwertig wirken bei einem dieser videos ist dior von pop smoke zu hören und die frauen basketballmannschaft in miniröcken tanzt dazu in dem track fällt häufiger das n-word eventuell feiert der auftraggeber der grußbotschaft den track einfach vielleicht findet er es aber auch auf ekelhafte weise witzig wenn leicht bekleidete simbapwische frauen sich für ihn anzüglich zum n-word bewegen daniel hat uns erzählt dass sein angebot definitiv auch teilweise solche kunden anzieht haben auch schon mal den kunden gesperrt weil er zweimal bestellt hat und zweimal wirklich nicht saubere dinge ja praktiziert hat und das finde ich natürlich nicht schön wer hat das hier bestellt er hat die power ranger die bestellt und darauf schreibt er auf dem schild eigentlich haben wir keine lust auf das hier warte mal kurz ist das jetzt der typ der auch von dem interview der aus dem interview ist okay wir finden auch andere von daniels angeboten überhaupt nicht okay diese gruppe heißt die einheimischen sie haben bemalungen im gesicht stöcke trommeln und natürlich eine strohhütte wir wissen von daniel dass diese gruppe in einem outdoor studio dreht und das setting nichts mit der realität zu tun hat hier wird bewusst das klischeehafte bild von trommelnden und bemalten bush afrikanern reproduziert man kann es falsch implementieren man stellt sich natürlich vor ey so sehen die doch gar nicht vor ort aus auch nur normal lebende menschen man kann es verstehen ja wir sind auch gerade mit dabei vielleicht das team rauszunehmen weil es ein bisschen zu anschließend ist meiner meinung nach genau aber zur ansicht der sache ist halt so ein team was einfach den kunden oh man daniel hat die einheimischen direkt nach unserem call offline genommen immerhin wir wissen nicht wie viel er vorher insgesamt mit dieser gruppe verdient hat tatsächlich ist sein gesamter shop seit einigen tagen offline die darsteller werden in den videos teilweise objektifiziert und sexualisiert viele der tanzgruppen haben glänzende six packs und sind oberkörper frei das frauen basketball team in sehr knappen outfits haben wir ja schon angesprochen das normale fußball outfits oder basketball auf jetzt beispielsweise ja man kann mir jetzt nicht wirklich sagen dass wir darauf aus sind die frauen dazu logisch verstehe ich verstehe den punkt dass auf jeden fall dass da irgendwo auch zu einer ja so ein punkt da ist aber wir haben auch einige videos schon rausgenommen die zu hart war bzw gar nicht erst reingenommen haben deswegen schauen wir da auch auf jeden fall dass nicht zu viel haut gezeigt auf uns wirken die mädchen in dem basketball team außerdem teilweise sehr jung daniels produktionsteam hat ihm versichert sie alle seien volljährig unabhängig überprüfen können wir das leider nicht viele anbieter machen offensiv werbung dass man durch die videos menschen in armut unterstützen würde es würden arbeitsplätze geschaffen die armen würden von spenden unabhängig gemacht werden wir zaubern vielen afrikanischen kindern mit unseren grußbotschaften ein lächeln ins gesicht ein anbieter ist sogar ein richtiger ehrenmann und spendet on top an den african children's fund sehr barmherzig und leider gelogen wir haben bei dem african children's fund angefragt und er hat nie spenden von wishes from afrika erhalte okay das ist frech das ist frech daniel ist fest davon überzeugt etwas gutes zu tun wir unterstützen die natürlich die afrikaner vor ort mit unseren videos ja wir bereichern die mit den einnahmen die wir dadurch erzielen die wir verkaufen wir nehmen unsere marge raus die werbekampagnen bekommen ihre marge und natürlich auch die afrikaner vor ort und so gewährleisten wir natürlich je mehr videos wir verkaufen desto mehr können wir den afrikanern geben dass hoffentlich etwas geld in einige afrikanische dörfer fließt ist das einzig positive dass wir diesen videos abgewinnen können es gibt scheinbar bessere und schlechtere anbieter in der grußbotschaft industrie es wirkt aber grundsätzlich so als könnten die wenigsten garantieren dass ein fairer betrag bei den darstellern ankommt teilweise werden die das das blenden die jetzt zum ersten mal ein ich muss sagen ich finde das hier problematischer als das mit den basketball outfits eben weil ich muss sagen dass mit den basketball outfits habe ich halt noch so an so typische cheerleading outfits gedacht und dachte so ja okay das sind halt so cheerleader dinge aber ich muss sagen hier so so art bunny kostüm das finde ich ehrlich gesagt schon noch problematischer stelle ausgebeutet kinder davon abgehalten zur schule zu gehen selbst wenn einige der clips auf den ersten blick harmlos erscheinen finden sie doch in einem hoch problematischen rassistischen kontext statt guck mal der afrikaner macht was witziges schwingt bei jedem dieser videos mit auf chinesischen social media plattformen nimmt hass gegen schwarze seit jahren zu auch in deutschland hat rassismus gegen schwarze in den vergangenen jahren offenbar zugenommen letzten herbst wurde eine studie veröffentlicht bei der auch menschen mit afrikanischen wurzeln in deutschland befragt wurden innerhalb der letzten fünf jahre gaben 76 prozent von ihnen an explizit wegen ihrer herkunft und hautfarbe rassismus erlebt zu haben frage chat würdet ihr solche grußbotschaften machen für zum beispiel china weil wir sehen jetzt der asiatische markt dafür existiert aus irgendeinem ganz ganz ekligen grund ist der so spezialisiert irgendwie auf afrika weil anscheinend wirklich glaube ich die sich die im asiatischen markt darüber lustig machen aber die meisten leute sagen nein niemals 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 das ist halt schon und daran merkt man ja echt das ist das wirklich teilweise sehr 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 diskreditierend also ich würde mich jetzt nicht hinstellen selbst wenn es gut ist er kommt darauf an also wenn es wenn ich jetzt irgendwie keine ahnung 1000 euro dafür bekommen würde dass ich irgendwie auf chinesisch was witziges vorsage was ich selbst nicht verstehe und dann einmal so schnipse und klatsche dann würde ich wahrscheinlich sagen ja kommt 1000 euro edin juckt doch gar nicht aber grundsätzlich würde wahrscheinlich jeder von uns die frage mit nein beantworten der chat schreibt auch nur für gottlos viel geld vor allem boah stelle mir vor du sagst irgendwas strafrechtlich relevantes das wäre auch voll voll ich war bereits mehrfach in verschiedenen afrikanischen ländern der kontinent ist so vielfältig und hat unfassbar viel zu bieten so eine voyeuristische teils rassistische und sexualisierende industrie wie das bild eines rückschrittlichen afrikas zeigt und promotet ist da alles andere als hilfreich wir hoffen dass ich dieses etwas ernstere video gefallen hat schaut nach links und rechts und über die straße geht und macht schnell die augen zu wenn euch eine grußbotschaft in den feed gespürt wird checkt das angebot von clark ab über diesen qr code und den link in der beschreibung könnt ihr euch mit dem code ich muss sagen ich muss sagen ich finde es gut dass man mal so ein bisschen über dieses thema spricht und aufmerksam darauf macht dass es vielleicht wirklich nicht nur win win situation für jeden ist sondern wie in jedem business gibt es schnell leute die das richtig richtig ätzend ausnutzen teilweise wird sich sehr hardcore lustig gemacht über leute und das ist eben nicht dieses schöne win win wie man so oft denkt also gutes video an to board guys lasst ein like und ein abo da in china gibt es auch weiße die sich selber bewusst schlecht machen um chinesen ein überlegenheitsgefühl zu geben das nennt man white okay okay krass ja china ist sowieso eine welt für sich kennt ihr das ich weiß nicht also ich glaube dass aber das ist auch dadurch dass sie so groß sind und teilweise so arm und so wenig vernetzt aber es gibt ja so videos in china von so ich sag jetzt mal europäern oder amerikanern die halt nicht chinesisch aussehen die dann da irgendwie aber perfektes chinesisch können und dann irgendwo auf dem land in china in irgend so einer keine ahnung in einem kleinen restaurant oder so auf einmal perfekt chinesisch sprechen und dann sind alle immer so oh mein gott oh mein gott und sagen so bohr du kannst aber gut chinesisch sprechen weil das halt glaube ich da wie soll ich sagen in manchen gebieten ist globalisierung hat gar nicht da also gar nicht angekommen null da ist es noch so fernab davon ich kann auch mal die geschichte erzählen dass ich zum beispiel in indonesien war an einem ort wo jetzt nicht so super viele touristen nur waren und da wurde ich einfach permanent von leuten nach fotos gefragt ich war erst so was das denn und das war einfach weil weil das da wirklich so wenig globalisiert war dass es einfach photo worthy war dass ich eine weiße etwas größer gewachsene blonde frau bin also das ist so krass teilweise und deswegen wundert das was mich fast gar nicht dass so eine industrie wie die hier aus china stammt weil oder aus aus ähnlichen regionen weil das dann halt da noch mal viel krasseren wow faktor hat ne ihr wisst wie wie ich meine im negativen sinne naja gut